Jetzt bin ich über 60 Jahre, habe auch schon graues Haar, die Augen haben grauen Starr, das Gehör früher besser war. Ja, Schaufreunde, ihr seht mich mal wieder mit einem Paket in der Hand und das ist ein kleines Geburtstagspaket vom Dorsten und von Bastian aus dem Shop Milletere Basic und da steht er drauf, öffnen am 24. Und das hat einen besonderen Grund, denn heute darf ich meinen 60er feiern. Ja, feiern ist bei mir nicht so drin, das ist nicht so meins, aber trotzdem bin ich natürlich neugierig, was da drin ist und jetzt macht man das Paket einmal auf, denn das liegt ja nun schon seit zwei Tagen bei mir, aber ich habe es ja nicht aufmachen dürfen. Das ist ein Anticverkwurst, sobald. Rangerwood Hunter Pro, die Masse. Ja, super, das sind die kleinen Dosen, das ist klasse, die sind super, leicht, die kann man immer brauchen, drei Stück, supi, ja, da ist sicher der Dorsten drauschen, seelenwärmer, herrlich, da freut sich die Seele ins Magerl auch, so, dann sind wir da, okay, das kann man ein bisschen schwer lesen, aber, aha, das sollte ich wahrscheinlich auch machen, schauen wir mal rein, Ah, nettes kleines Brieferl, Hallo Karl, alles Gute zu deinem Geburtstag von Dorsten und mir, im Paket ist ein wenig Survival Food und drei Jacken, es sind drei unterschiedliche Größe, eine solltest du dich aussuchen, genießt den besonderen Trag, Gruß, Dorsten und Bastian, und, da habt ihr drei Jacken, ah, verstehe, drei verschiedene Größen wahrscheinlich, Okay, Helikon Dex, Olivgrün, Gangfighter, XL in Regula, ah, okay, drei Größen wahrscheinlich, und, okay, das ganze Namen XXL, wow, na, ist klar, dass nicht alle da in mir gehören, Ja, und zwar schicke ich natürlich nicht nur, das werden wir dann gleich einmal testen, aber, die eine ist offen, da muss man es einmal anschauen, ganz feiter, bis du deppert, wow, das ist nice, soft chili, mit Belüftung, ha, herrlich, greift sich schon gleich lang, der begreift ganz nervös, Doppelwege als Verschluss, das heißt, kann man oben öffnen, ja, da muss ich gleich einmal einschlupfen und dann schalte ich gleich wieder dazu, dann seht ihr mich mit der Jacke einmal, Bist du ja Freunde, was soll ich sagen, ich habe mich entschieden, für alle drei, nein, ich habe mich für einen entschieden, das ist die mittlere, die XXL, die mit zwei X, die passt mir noch am besten, die ist auch schon eingewert, quasi, zum fortgehen, auch super jagen, kann ich noch sagen, bis du da bist, also, vom Feinsten das Ganze, echt top, also, an der Stelle nochmal herzlichen Dank an euch beiden, Thorsten und Bastian, da habt ihr euch wirklich ein super Geschenk gebracht, also, ich bin begeistert, ja, ich werde jetzt, ich kann es euch noch gar nicht früßen, ich war ganz feiter, ich war ganz feiter, yeah, 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 Gut, machen wir dem Video lieber Ende, ich sag noch einmal, herzlichen Dank an euch zwei, und, ihr werdet ihr euch die Jacke sicher, in den nächsten Videos sehen, wenn es kalt ist, wenn es warm ist, nicht, und, danke noch einmal dafür, Tschau. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Carlos, Happy Birthday to you. Carlos, auf die nächsten 60 Jahre. Alles Gute, Karl. Alles Gute zum Geburtstag.